Meine Albträume werden von Mal zu Mal schlimmer. Mich greifen immer wieder Figuren aus berühmten Bildern an. Ihr zwanghaftes Stehen deutet auf ein tiefes Verlangen hin. Ihnen fehlt etwas in Ihrem Leben. Ich möchte, dass Sie es malen. Wie kann ich es malen, wenn ich nicht weiß, was es ist? Vertrauen Sie auf den Pinsel. Ich brauche alle 13 Gemälde, die mich quälen. Bemächtige dich deiner Probleme, um sie zu übersehen. Ganz genau. Sie sehen aus wie ein Mann, der etwas will. Van Gogh's Briefträger. Es handelt sich hier um einen Kunstsammler, nicht um einen Seriendieb. Wir erhöhen die Belohnung auf 20 Millionen Dollar. Ruh, du sagtest, dass alles begann nach der Beerdigung deines Vaters. Ich will nicht darüber reden. Die Kunst ist der Schlüssel zu den Verwirrungen des Geistes. Das Endspiel ist sehr, sehr nah. Und ich war es gut. Untertitelung des ZDF, 2020